Neues Jahr, neue Bauersuchtfrau-Staffel. Im November 2023 endete die 19. Staffel der beliebten Kuppelshow. In diesem Jahr feiert Bauersuchtfrau sein großes Jubiläum. Doch auf die Jubiläumsstaffel müssen die Fans noch eine Weile warten. Dafür dürfen sich die ZuschauerInnen erstmal auf den Ableger Bauersuchtfrau international freuen. Die LandwirtInnen der kommenden Staffel wurden nämlich bereits im Oktober 2023 vorgestellt. Doch wann beginnt die neue Staffel? 2023 lief die internationale Version des Formats im April und im Mai, immer montags und dienstags. Wann die sechste Staffel in diesem Jahr beginnt, ist noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass Bauersuchtfrau International auch in diesem Jahr wieder bei RTL zu sehen ist.